Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Heute ist es nun soweit. Ich hatte es bereits angekündigt. Ein Channeling für einen Kunden, der mir die Erlaubnis gegeben hat, dass ich es veröffentlichen darf. Allerdings möchte er nicht, dass sein Name genannt wird. Gut, das werdet ihr verstehen. Doch die Antwort auf seine Frage ist doch hier von Bedeutung. So, ich werde mich jetzt mit der geistigen Welt verbinden und die Frage stellen. Dazu gehe ich in eine Art Trance und ich kann dann sehen und ich bekomme auch die Antworten. Ich bin jetzt verbunden mit der geistigen Welt. Und mein Kunde möchte wissen, wie es zukunftsmäßig in seinem Betrieb weitergeht. Er will wissen, ob er in seinem Betrieb so lange arbeiten kann, wie er es gesundheitlich schafft. Ich sehe, er arbeitet in seinem Betrieb. Und dieses noch viele, viele Jahre. Und zwar sehr erfolgreich. Einen Erben aus seiner Familie sehe ich nicht. Er wird also weiter der Chef bleiben. Er fragt mich, wenn es wirtschaftliche und politische Unruhen geben wird, werde ich dann meinen Betrieb aufgeben müssen. Ich sehe, wenn Landeskrisen kommen, wird dein Geschäft weiterlaufen. Und zwar sehr gut. Du wirst deine Ware direkt an die Regierung und an das Militär liefern. Dir und deiner Familie wird nichts geschehen. Die Landeskrise wirst du, wenn dieses eintrifft, gut überstehen. Auch für die jetzige Zeit wird dein Geschäft blühen und aufwärts gehen. Du wirst auch überlegen, ob du in einem anderen Land Filialen aufmachen wirst. Dabei sehe ich das Wasser. Es ist ein Meer. Du findest dafür gute Geschäftsfreunde, auf die du dich verlassen kannst. Es wäre eine gute Geschäftsverbindung. Mach dir keine Gedanken, denn ich sehe auch, wie du selbst in der Spiritualität wachsen wirst. Ich sehe die Engel um dich herum. Achte auf dein Bauchgefühl. Schon jetzt bekommst du in Tagträumen oder beim richtigen Schlaf Bilder, die Botschaften für dich sind. Und falls du sie nicht deuten kannst, werde ich dir helfen. Dies sind die Antworten auf deine Fragen. Ich danke. Ich danke meinen mächtigen Engeln, die mir in diesem Channeling zur Seite stehen und geholfen haben. Ohne diese Engel ist ein Medium ein Nichts. Nur mit der Kraft Gottes kann ich es bewirken. Dafür danke ich euch. Amen. Tja. Das war nun ein Schänneln für einen Kunden. Eine spezielle geschäftliche Frage mit einer genauen Antwort. Ich hoffe, dieses war für euch sehr interessant. Das nächste Schänneln ist ebenfalls für einen Kunden, wo ich auch die Genehmigung erhalten habe, es zu veröffentlichen. Wobei auch da der Kunde nicht genannt werden möchte. Hoffentlich habt ihr schon das Abo gemacht, damit ihr kein Video von mir verpasst. Denn es bleibt weiter spannend. Also, bis zum nächsten Schänneln. Herzlichst, eure Derya. Bis zum nächsten Schänneln.